Friedrich Nietzsche Notizen über Napoleon Napoleon war Träumer, schweigsam, im Verkehr mit Frauen gezwungen, aber passioniert und hinreißend, obschon fremdartig in seiner ganzen Person, als er jung war, seine Anfälle von düsterer und drohender Eifersucht. Napoleon verstand es, aus der tiefsten Ruhe in den höchsten Zorn überzugehen, wenn es ihm nützlich schien. »Mein Zorn ist niemals über das da hinausgegangen«, sagte er zum Abbé de Prat auf seinen Hals deutend. »Er findet ein Mittel, seine Leidenschaften zu erheucheln, obgleich sie wirklich existieren«, sagte Telleran. Napoleon hatte Anfälle von Empfindungen, vergoss Tränen, aber es machte ihm hintendrein einen schlechten Humor. »Wenn mein Blut nicht mit seiner beständigen Langsamkeit schlägt, laufe ich Gefahr, zum Narren zu werden.« Nach Corviziar hatte er wenige Pulsschläge, aber er klagt über seine Nerven. Er behauptete, er verstünde absolut nicht, was es hieße, »Der Kopf dreht sich mir«. Napoleon hatte ein geheimes Vergnügen, Furcht zu erregen und zittern zu machen, denn, wie er sagte, die Unruhe reizt den Eifer. Er vermiedt sich vor Personen und Menschen zufrieden zu zeigen. Er hatte die Miene, die Ruhe ohne aufhören zu hassen, für sich und die anderen. Er hatte die Gesellschaft einen ruhigen Gang des Gesprächs, so änderte er plötzlich den Ton durch ein herrsches Wort und stellte den Unterredner wieder auf den Platz vor ihm, nämlich in seine Furcht. Wenn Napoleon einen Dienst bezahlte, ließ er merken, dass er einen neuen kaufte. Er wollte niemals die Schulden seiner Frau in Ordnung bringen, um Gelegenheiten sich zu erhalten, sie zu beunruhigen.